Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Megaport Gaming PC mit Ausstattungsmerkmalen wie Intel i9 10900F, CNX 5.30 GHz und weiteren. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zocker PC für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Gamer-PC werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So, wir brauchen hier gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das hier ist ein High-End Gaming PC, der sich entweder an leistungsintensive Spiele richtet oder auch an Leute, die Videos rendern bzw. streamen möchten. Weil Rendern und Livestream sind Eigenschaften, die doch ziemlich viel Leistung kosten, vor allem, wenn es in höherer Auflösung sein soll. Das ist natürlich die Frage, ob du eine ausreichend gute Internetgeschwindigkeit hast. Das würde ich dir empfehlen, vorher mal zu checken. Also, wenn du dir jetzt so einen super High-End PC kaufst, ist gut und schön, ja. Aber wenn du jetzt wirklich streamen möchtest oder gute Videos hochladen möchtest, brauchst du halt auch wirklich schnelles Internet. Also, check das vorher auch mal aus, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Aber grundsätzlich, ja, für Leute, ich denke vor allem an solche Zocker richtet sich das, die entweder besonders leistungsintensive Spiele spielen möchten oder eben generell streamen und let's playen, weil da kann man immer ein bisschen mehr Leistung gebrauchen für Videoerstellung und so weiter. Mit Hinblick auf die Komponenten, meine Einschätzung nach ein faires Angebot für einen Gaming-PC. Und du das genauso siehst, ob es für dich der passende Zocker-PC ist, kannst du allein am besten beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Diese High-End Gaming-PC von Megaport bietet Ihnen pures Vergnügen. Als Herzstück des Hochleistungsrechners kommt der brandneue Intel Core i9 10900F-Prozessor mit rasanten 10x 2,8 GHz Taktfrequenz zum Einsatz. Ja, das ist wirklich ein leistungsstarker Prozessor. Mit Windows 10 können Sie das Potenzial der Hardware Ihres Systems vollständig nutzen. Verbesserte Grafikleistung über DirectX 12 Ultimate 1 und Kompatibilität mit tausenden Spielen. Das macht Windows zur beliebtesten und vielseitigsten Gaming-Plattform der Welt. Extra großer 32GB G-Punkt-Skill, RipJaws VDDR4-3200 RAM sowie eine 1TB Crucial M.2 SDD und 2TB HDD sorgen für kürzeste Zugriffs- und Ladezeiten. Das MSI Z490 Mainboard verbindet alle Komponenten auf einer zukunftssicheren Plattform. Die beeindruckende Grafikleistung wird durch aktuellste Technologie der NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X sichergestellt. So genießen Sie ein atemraubendes Gaming-Erlebnis in hohen Grafikeinstellungen. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Meiner Einschätzung nach ein sehr faires Angebot für einen Zocker-Laptop. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zu diesem sehr leistungsstarken Gaming-PC aus dem Hause Megaport. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Zocken, alles Gute, ciao! Bis zum nächsten Mal!